Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Long Dark. Ich glaube es ist stürmisch draußen. Die Geräusche sind mega Leute, die sind irgendwie unheimlich. Wir gehen auch direkt weiter würde ich sagen, weil hier oben haben wir alles durch. Das heißt hier hält uns nichts mehr, außer wenn jetzt draußen irgendwie die Hölle aufreißt. Dann bleiben wir natürlich hier. So gelootet hatten wir in der letzten Folge schon alles. Hier ist ein Radio. Geht natürlich nicht. Ich guck nochmal genau ob wir hier wirklich alles, Regal, hier scheint nichts mehr zu sein. Das heißt wir haben alles durch. Aber das klingt verdächtig nach Sturm oder? Komm wir gehen mal kurz gucken. Oh what the fuck. Ich glaube hier kommen wir nicht weit. Wir werden drin bleiben. Oh die Scheiße Leute. Geht's uns? Minus was? Minus 40? Okay wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Okay. Schön. Wir haben einen kleinen Sturm draußen. Einen minimalen Sturm. Der uns ein bisschen aufhalten könnte. Er weiß auch nicht genau wie lange wir noch Tageslicht haben. Das heißt wir müssen diesen Sturm, wir müssen ihn abwarten. Gefühl 2 Grad hier drin geht. Zustand 100%. Uns geht's eigentlich ganz gut finde ich. Gibt's hier noch irgendwas für uns zum Auseinandernehmen? Wir müssen das jetzt abwarten Leute. Tut mir leid. Was war das eben? Moment. Ich höre schon komische Geräusche hier. Müsste der nicht irgendwann anfangen zu stinken? Der taut doch auch so langsam auf oder nicht? Oh. Eine leere Leiche. Ekelhaft. Wir können jetzt das Ganze natürlich hier auch überschlafen. Ich guck mal. Ausruhen. Oder wollen wir warten? Wir ruhen aus, ne? Wenn wir schon mal bei sind, machen wir mal 3 Stunden ausruhen. Stand da eben 11 Stunden Tageslicht noch? Uh, es ist heller geworden. Du bist komplett erholt und aufgewacht. Na, wie... Aber ich glaube es ist immer noch ungemütlich draußen. Scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir in so einer Situation machen können. Ob wir da einfach losrennen können? Ich habe keine Ahnung. Hatte ich den jetzt hier... Ach, hatte ich auch schon leer. Wir gehen doch mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay, sieht ganz gut aus eigentlich, oder? Es hört langsam auf. Es ist nicht mehr ganz so kräftig wie vorhin. Wir müssen auf jeden Fall weiterziehen. Da drüben waren wir komplett. Von da sind wir gekommen. Da vorne bin ich... Was ist das da vorne? Wolf? Ich weiß es nicht. Von da bin ich ja dämlicherweise runtergefallen. Würde ich sagen, gehen wir erstmal irgendwie die Straße hoch. Weil wir müssen weiter. Wir müssen weiterziehen. Hier gibt es echt so viele Sachen zu entdecken. Wahnsinn. Aber es sollten wohl richtig krasse Sachen hier noch zu finden sein. Ich lasse mich absolut überraschen hier. Und erstmal vielen Dank für die komplette Hilfe in den Kommentaren. Das finde ich ja immer sehr geil. Mir wurde auch gesagt, dass die Wölfe... Ja, im Pilgermodus hauen die Wölfe ab. Das heißt, uns droht hier keine Gefahr. Bären und Wölfe hauen ab im Pilgermodus. Finde ich ja persönlich eigentlich jetzt ein bisschen doof. Eventuell werden wir auch das Ganze nochmal neu anfangen. Was? Die hauen ja gar nicht ab! Fuck! Ich denke, die hauen ab! Lauf! Okay, sie greifen scheinbar doch an, aber nicht so krass. Hau ab! Hau ab! Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie hier heimtückischer. Ich habe Angst. Minus 23 Grad. Wir gehen mal in diesen Eisenbahnwaggon rein. Oh man, fuck. Mal gucken, was wir da noch so Schönes finden. Ich weiß nicht. Vielleicht kommen die Wölfe wirklich von hinten und... Hat der Wolf gerade ein Reh getötet? Ja, scheinbar schon. Eigentlich müssten wir uns... Haut ab. Eigentlich müssten wir uns die Beute holen da, ne? Dieses Reh. Vielleicht lässt er uns noch was übrig. Ich will das aber nicht naschen. Hat's aufgehört? Oh, es hat aufgehört. Wenn der da so schon dran rumgeknatscht hat da. Wieso sind wir jetzt eigentlich so außer Atem? Uns geht's doch gut, oder nicht? Boah. Zehn Stunden Tageslicht übrig. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Kommen wir hier hoch. Entgleist der Zug. Und ich wette, hier liegt eine Leiche drin. So, wie kommen wir da jetzt hoch, wenn wir nicht springen können? Schwierig. Vielleicht müssen wir hier so hoch. Und natürlich liegt da eine Leiche drin. Aber, Gewehrputz, das ist gut. Natürlich können wir das gebrauchen. Für unsere Patrone, die wir haben. Warum stöhnt er, wenn er die Leiche durchsucht? Warum? Man weiß es nicht. Oder ist es uns schon wieder so kalt? Trockener Mond. Ja, scheiße. Es wird schon wieder kalt, ne? Wir müssen gucken, dass wir die nächste Hütte unbedingt finden. Wir halten es ja nicht lange aus. Bessere Klamotten brauchen wir. Kommen wir hier irgendwie hoch? Gibt es hier noch eine Möglichkeit? Aber ich habe so Angst, dass ich da nicht mehr rauskomme, denn. Aber hier scheinen wir nicht reinzukommen. Vor allem wüsste ich auch nicht, wie wir da wieder rauskommen dann. Oh Mann. Ich denke mal, der Weg wird schon irgendwie richtig sein hier. So, das nehmen wir auch noch mit. Auseinanderbrechen. Stimmt, das dauert ja immer ein bisschen. Aber die Sachen können wir auch wohl im Inventar auseinandernehmen. Aber dazu müsste ich nur diese kleinen Stöcker hier aufsammeln, oder? Weil da haben wir immer ein bisschen Zunder. Das ist wichtig. Damit wir hier draußen auch ein Feuer machen können, oder? In der nächsten Behausung. Wasser können wir natürlich auch. Also Schnee sollen wir auch einschmelzen können und so. Also mir wurde schon viel geholfen. Ich versuche mal diese ganzen Sachen, die ihr mir in die Kommentare schreibt, versuche ich weitgehend gut umzusetzen. Ich versuche es. So, wo gehen wir jetzt am dümmsten lang? Gehen wir rechts rein. Ich glaube, der Strom wird schon wieder doller, oder? Das ist auch irgendwie Mist passiert. Ich weiß es nicht. Wir brauchen die nächste Hütte. Guck mal, da liegt ein totes Tier. Wie ein Star Wars. Können wir aufschneiden und uns reinlegen da, ne? Wenn er noch nicht lange tot ist. Oh, guck mal, hier liegt noch einer. Hat wohl sich mit diesem... Oh, das sieht gut aus. Hat sich wohl mit diesem Hürsch da angelegt, ne? Oder wurde der vom Wolf gerissen hier? Zerfleischt der Rienkadaver. Gefroren. Ja. Können wir da jetzt was... Uh. Die Haut nehmen wir mit. Ach, mit dem Beil können wir das. Oh, ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin... Nein, 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 nein. So, weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Jetzt sind wir schon wieder... Wir sind schon wieder halb tot hier. Scheiße, Leute. Und wir können natürlich... Wir können einbrechen hier. Ja, ja, ist gut, ist gut. Wir suchen schon das nächste Häuschen. Guck mal, da ist eine Brücke. Ich sollte hier tierisch auffassen. Ich geh mal nicht so weit aufs Eis rauf. Wenn wir hier nämlich einbrechen können, dann... Ich weiß gar nicht, was passiert. Erfrieren wir direkt, oder? Jetzt finden wir natürlich auch keine Behausung mehr. Schade. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Was machen wir? Kippen wir einfach um und erfrieren wir draußen dann? Da! Da ist was! Was macht der da? Ich weiß es nicht. Der quiekt rum. Wir müssen in diese Behausung reinkommen. Ich hoffe, ich schaffe das noch vorher. Oh, Gott. Ja, ja, ja. Lauf, 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 lauf. Ist das ein Zelt? Das ist ein Haus. Total verschneit, oder? Oh Mann, sieht das unheimlich aus. Das sieht echt sehr merkwürdig aus. Vor allen Dingen dieses komische... Ist das ein Staudamm oder sowas? Das sieht echt sehr, sehr, sehr gruselig aus, finde ich. Ja, ist egal. Wir gehen einfach mal rein. Wird schon nichts passieren. Staudamm. Ja, ein Staudamm. Guck mal hier. Die Kalister nehmen wir auch mit. Ach so, wir müssen auch aufpassen wegen unserem Gewicht natürlich. Und noch eine einzelne Gewehrpatrone. Liegt ja hier scheinbar ganz oft rum. Wir brauchen bloß nur noch ein Gewehr. Oh, Gottes Willen, Leute. Ich habe ja leichte Bedenken hier. Einfache Handschuhe. Es ist schon wieder so dunkel. Irgendwie ist das sehr creepy, finde ich. Oh Gott. Kann ich hier irgendwas machen? Magnesium-Wackel. Sehr gut. Und hier ist ein Safe. Okay, ich schätze mal, da kriegen wir irgendwo, kriegen wir da noch diesen Code dafür. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir müssen unbedingt irgendwas essen. Was ist das? Dose Kaffee. Das ist natürlich doof. Das wollen wir nicht essen. Wir haben da irgendwo noch drauf. Das hat Ein-Mann-Packung. Das ist gut. Essen wir mal. Guck mal, Appetit geht hoch. Wow, die hat aber ordentlich reingehauen. So eine Epa haut richtig rein. Kennen wir ja von der Bundeswehr auch. Haben bloß widerlich geschmeckt, die Teile. Irgendwo was zu trinken bräuchten wir auch nochmal, glaube ich. Oder? Ausgelaugt. Und mir ist kalt. Ich müsste schleunigst hier irgendwie ein Feuer machen. Ich überlege auch, ob wir jetzt hier drin schnell ein Feuer machen. Kann ich das jetzt einfach? Kein Lagerfeuer in geschlossenen Räumen. Nein, warum denn? Gibt es hier irgendwo eine Tonne, die ich anmachen kann. Oh, das ist natürlich richtig doof. Metallschrott nehmen wir mit. Wo sind wir hier? Kaputt, der Metallkasten. Okay. Wieso kann ich den? Ich könnte überall ein Feuer machen. So ein Quatsch immer. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir brauchen unbedingt eine Penne-Tonne. Achso, ich bin zu schwer. Wir nehmen erstmal die und zünden die an. Mitnehmen. Hier ist noch eine Tonne. Können wir die nicht einfach... Oh, Leute. Das ist irgendwie creepy hier. Oh, wenn jetzt irgendwas von vorne kommt, dann rastet sich aus hier, glaube ich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Gott, Leute. Komm, hier irgendwo was. Ja, Feuertonne. So, Feuer machen. Bam. Dann machen wir uns erstmal warm und dann können wir hier einen Schlafsack hinpacken. Und dann können wir hier ein bisschen schlafen. Na, los, komm. Oh, eben so in diesem Gang, dann lief mir wirklich so ein bisschen... Oh, liefst du mir eiskalt den Rücken runter. Ich weiß nicht, warum. Ich bin sowieso vorgezeichnet, glaube ich. Slenderman oder so. Warum hat es nicht geklappt? Weil du ein Trottel bist. Also versuch es nochmal, mein Freund. Na komm. Geh an. Geh an. Ich meine, das ganze Gebäude ist wirklich sehr creepy. Und da war schon wieder eine Obstfliege. Das hat langsam, das hat Tradition, ne, mit diesem Obstfliegen. Na, los, komm, brennen. Brenn, 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 brenn. Ja, bam. So, 23 Minuten. Ich kann die jetzt aber ein bisschen pimpeln. Und zwar Brennstoffen zufügen. Ich hab ja genug von diesen Holzzeug hier. So, jetzt könnten wir uns theoretisch hier noch ein bisschen umgucken. Frösterend, okay. Ich würde auch direkt die Matratze hier ein bisschen hier vorne hinlegen, ne? Kann ich das? Wo war das jetzt? Ähm. Herstellen. Köder ablegen. Erste Hilfe. Waffen haben wir nicht. Tagebuch. Wo sind jetzt meine... Hä? Hier. Platzieren. Ah, so. Okay. Vielleicht das hier platzieren? Das sieht auch gut aus. Das brennt hier noch ein bisschen. Hier. Passt das hier vorne auch noch? Sehr gut. Dann werden wir es erstmal kurz ausruhen. Und zwar zwei Stunden ausruhen. Dann dürfte das hier Stopp-Duster jetzt sein. Mal gucken. Die Tonne müsste jetzt aus sein. Wir haben gut überlebt. Sind immer noch müde. Aber uns ist warm. Ich guck mal, dass wir hier... ...fünf Stunden ausruhen. Das Vieh fliegt andauernd gegen die Softbox. Das ist schlimm, Leute. Das ist knallt so eklig. Ausgetrocknet. Es ist dunkel, Leute. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts mehr. Okay, wir müssen erstmal unbedingt schnell was trinken. So, und zwar... ...haben wir hoffentlich noch genau... ...so viel zu trinken haben wir eigentlich gar nicht, oder? Hier ist noch Wasser. Können wir das füllen? 100% Trinkwasser. Können wir das irgendwie draußen füllen? Wir müssen Schnee, glaube ich, tauen. Was ist das hier? Hier ist noch was zu trinken. Ich guck mal, ob wir... ...trockner Mund. Wir müssen noch was trinken. Aber ich bin auch der Meinung, wir werden hier unbedingt noch was finden. Aber sonst geht's uns eigentlich guter. Wir könnten ruhig noch, glaube ich, zwei Stunden ausruhen. Noch zehn Stunden Dunkelheit übrig. Ausgeruht. Ja, ich werde mal nochmal zwei Stunden nehmen. Oder nehmen wir gleich drei. Sicher ist sicher. Jetzt sind wir auf jeden Fall volle Sau ausgeruht. Das ist gut. Aber es ist immer noch dunkel. Noch sieben Stunden Dunkelheit. Oh Mann. Oh Mann. Ob ich die Feuertonne jetzt nochmal anmache oder nicht? Ich glaube, ich muss jetzt eine Fackel nehmen. Wie viele haben wir denn noch von den Magnesiumfackeln? Ich hab auch so eine Fackel hier noch. Wie lange brennt die? Ich guck mal. Ach, da oben ist die Dauer. Cool. Das passt ja. Können wir uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken? Kann ich die wieder mitnehmen? Kann ich den... aufheben. Creepy. Wir gucken uns erstmal hier unten ein bisschen um. Oh Mann. Hier ist eine Lampe runtergekommen, oder? Ja. Also ich schwöre euch wirklich, wenn jetzt hier irgendwas kommt... Ich drehe mich auf meinem... Stuhl nach oben. Oh, guck mal. Was ist das hier? Energie-Regel. Ob da wo die nichts ist. Die wollte nicht wissen, durch was ich mich hochdrehe. Ich denke, wir sollten... Ja, ich komm gleich zu dir, Fruchtfliege. Ach nee, jetzt gehen wir raus. Fuck. Und der Rettarm ist... Oh Gott, wir gehen ja noch tiefer rein. Und was uns hier erwartet, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Das war ja Martin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020